hallo willkommen mein kanal schlachten informatoren heute möchte ich etwas neues ausprobieren hatte ich wurde von einer menschlichen gefragt ob ich auf welcher spiele so und wie schnell kann man so dann hochkommen so ich versuche so irgendwie jetzt ab null sozusagen aber bis hin zu 15 hundert sagen wir ja in einer stunde maximal verrücken und ich bin wohl kein freund für britz ich werde auch britz nehmen so damit ein bisschen schneller geht also probieren einfach aus ok ich bin selber gespannt ob es alles klappt also ok das ist so ein experiment erste partie ich habe weiß d4 geschlossene spiel d5 c4 ich habe 800 das ist schon kontragambital bin so spänke c6 normalerweise muss jetzt kommen überlegt komisch eigentlich spänke c6 endlich zurück und meine idee ist einfach ich diese bau d4 sofort zurückzusetzen spänke c6 ich habe vorher so spänke bt2 dann spänke bt3 so irgendwie so so spänke da überführen überlegt ich weiß nicht was hier zu überlegen ist wenn man so was spielt muss man schon nicht ein bisschen vorbereitet vielleicht hat er andere probleme keine ahnung also mal schauen so spänke c6 ok spänke bt2 warte vielleicht seine eröffnungsbuch wollen es normalerweise kommt spänke c7 so was okay gibt es auch so dass man k3 so muss man diese erläufe muss man klären wie er sich da fühlt und dann mal 4 ja das wie diese bau d4 verhindert entwicklung da muss man hier auch schon gleich mit der drei beschäftigen ich spiel jetzt mal so ein 3 kann spänke c5 mit spänke c5 gewinnen aber okay dann tauscht die da aber dann spänke d4 da man steht da und geht diese ganz optimale spielte 6 so dass mir die reizzug stammt b5 von damer damer schild auf 6 und kenne ich auch er 6 spielen es ist auch ganz gut aus 6 wenn jetzt schlägt ich schlage damit spänke d4 gesehen ja das ist jetzt kann man spänke b3 spielen spiel es g4 löffel g2 soll ich spänken so also ich bin ganz zufrieden mit meiner stellung droht vielleicht schon spänke d4 ok jetzt schon das gecheckt und muss man vielleicht noch schade machen so jetzt schlägt den bauer ist in ordnung spänke b4 besser gewesen so gut aber ist egal also jetzt tun d1 oder d4 3 4 4 spiel ich erstmal zur entwicklung schnelle entwicklung kann nicht falsch sein aber ich glaube im b4 sollte das spiel gb3 wäre besser gewesen wir nehmen den bauer bteschön damit kein problem hier ist zeit ist wichtiger das ist schon ziemlich gilig obwohl ich habe keine tum b1 hätte ich gerne gespielt kann ich nicht aber ich kann dafür vielleicht diese löffern greifen und dann vielleicht dann läuft sie 6 und dann also diese b-linie ist gefährlich abzumachen kann ich jetzt 2 spielen das hat nicht auf bildschirm gut so ich schlage da dann spiel ich jetzt tumbe 1 ich bin jetzt ganz scharf auf diese b-linie anzugreifen ich glaube auch das hatte ich irgendwie unterschätzt muss man sagen okay damit kann ich ich möchte auf keinen fall bauen was nach 6 kommt das ist schon die frage naja naja das habe ich irgendwie nicht optimal gespielt muss man ehrlich sagen das habe ich ja muss man tricksen muss man tricksen muss man tricksen also ich stehe schon am Verlust ok ich hoffe die dame ich hoffe die dame schach und ich möchte die hier in trüben fischen mal sehen ob er zurecht kommt so hier läuft sie 6 schachmatt ist ja gut gelaufen aber ich habe ja nicht schlecht gespielt also ich finde das war keine gute partie aber gut das ist ja das ist ich glaube das war hier erstmal ich würde hier mit b4 also stattstark bg3 spielen das wäre viel besser gewesen b4 dann b4 also dieses plan und dann b4 war noch ok ich glaube ich musste einfach hier nach der 6 tauschen so dann b4 der 6 schlagen dann sprengen gegen die 6 dann tun wir eins das gleiche so im prozent das ist dann noch die 6 nehmen dann ich glaube ich sehr locker geworden aber gut Ende gut alles gut jetzt spielen wir weiter aber es war für mich schwache Leistung jetzt habe ich starke gegner 274 jetzt habe ich starke gegner 274 jetzt habe ich starke gegner 274 jetzt habe ich fragen ob ich mich spielen er will nicht spielen naja suchen die andere gegner da ist das schlechte aber gut so da spiele ich hier gern c5 also Löffel hat seine Feld 15 verlassen und damit hat der Klügel geschwächt jetzt kann man das probieren auszunutzen so mit Dame b6 die Schärfe bezweilen die Schärfe bezweilen das Klügel gedeckt ist Spenge c3 ok das gibt es sowas auch jetzt ist der 6 hat er schlechte Baustattung dann aus c3 er sollte irgendwie langfristig schlecht sein so da mal c5 jetzt ist c3 ein Sorgekind für ihn ich habe zwar keine Entwicklung keine gute Entwicklung aber gut kann ich jetzt damit leben erstmal Löffel G7 jetzt wäre der 4 wäre besser für ihn gewesen ok aber schade Spenge D7 ok das macht nicht viel aus also wie gesagt jetzt c4 das ist meine Ziel also diese Bauer druck zu machen a6 sollte man den Ton vertreiben B6 dann Löffel B7 und dann langsam auf Löffel tauschen ja von mir aus also ich habe nichts dagegen ok das ist irgendwie ist nicht so toll ok jetzt kann ich Qualität gewinnen das ist gut obwohl das wird ihm Baustattung besser machen diese Baustattung ist nicht mehr schwach aber Qualität ist Qualität man kann doch damals sechs spielen das wäre interessant dazu gewesen so schlage ich jetzt spiele ich dann mal c8 ok muss man ein bisschen schneller spielen ja eigentlich muss man Linie aufmachen also B4 B5 ist ein guter Plan um C-Linie aufzumachen mit Qualität mehr sollte man also die offene Linie für die Turme bekommen das ist immer richtige Idee so jetzt habe ich C-Linie also er probiert was Doppelangriff gut dann schlage ich hier auf D4 diese lästige Sprenger ich lege mir den Turm jetzt im Prinzip ich stecke jetzt mein Bauer 7 Doppelangriff da mal 4 gut Doppelangriff 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 also so wie das nicht gut akzeptiert jetzt will ich vielleicht mal ansetzen also ich glaube um B3 muss man alles nehmen was zu nehmen ist gut jetzt es hat da mal drum gehängt jetzt greifen wir die Dame an und schauen wo hier die die geht also ich will jetzt wie Schale hat Spannung nicht rausgehalten muss auch geben muss auch geben gut ich bin schon schnell schon auf Flass 2-2 das ist gut muss man jetzt an Bauer Vorsicht hier spielen bei 9 jetzt habe ich starke Gegner Löffel B5 Schach also jetzt A4 wenn ich schläge dann schläge ich mit Bauer A und eigentlich ich habe mehr Raum und möchte ich eigentlich mit wie gesagt zum E4 E5 kommen also ich dann ich plane Löffel E4 Löffel E4 Dame an B6 eigentlich keine Drohung ok vielleicht Dame an B2 also das ok spielt Nummer 1 erstmal er will jetzt mit Schwäge an B7 dass keine Schwäche entsteht ja schon ziemlich solide spielt er spielt solide dann sollte man Dame an B2 besser spielen ok jetzt verstehe ich nicht so ganz jetzt hat er seine Schwäche bekommen A6 ok vielleicht Löffel E4 oder Löffel E4 kann ich nicht also ich hatte Ducke O B2 deswegen ich muss diese Ducke neutralisieren vielleicht Turm A2 Power decken dann Löffel E4 dann Löffel E4 so ein schwaches Feld so Tum A2 und gute Preflatische zurück und dann Löffel E4 ok dann Löffel E4 ok jetzt Bauch hängt auf Löffel E6 muss da reagieren ok vielleicht jetzt sowas 2x4 ok ok jetzt vielleicht jetzt Löffel E4 wäre nicht schlecht wäre nicht schlecht jetzt A5 hängt jetzt kann ich vielleicht auch A5 schlagen ja denke schon das geht das geht dann muss ich aber rechtzeitig meine Tum zurückziehen wahrscheinlich nach A2 oder nach A3 ok jetzt ist ich stelle ihm auf ein gedecktes Feld ok A2 damit ich mich jetzt spielen kann ich habe gesunde mehr Bauer da muss man immer vorsichtig sein der Ruh vielleicht spielen jetzt C6 so ich bin nach C3 vielleicht so schlagen jetzt ein bisschen Taktik Taktik Spielgestalt der Löffel C3 ok dann kann ich hier so spielen erstmal hin sein Tum nach Nummer 2 spiele ich schlage über A8 deswegen muss jetzt Tum wegziehen dann kann ich jetzt auf A8 nehmen das ist bestimmt gut dann vielleicht Dame B5 sogar oder Spenge B5 auf und der Löffel G4 für das E7 an den Reifen so sieht gut aus wahrscheinlich der Verdeckung ich bin noch nicht so ganz entschlossen schlägt gleich mit Spenker da plötzlich überlegt er zu lange also ich muss umschlagen ich weiß nicht was da zu überlegen ist aber gut ok habe ich wieder auch gute Punkte gewonnen aber ich bin schon fast zu 2,3 das ist schon ganz gute ergebnis 2,3 gut jetzt haben wir 2,2 zizilianer pausen Variante so schlage ich Spenge 6 und gibt es hier eine so schlägt hier gut ich habe jetzt muss ich Zentrum kontrollieren ja ich habe also keine große Probleme ich habe gute Zentrum und spiele auf ok tauscht weiter das verstehe ich kaum also jetzt kann ich auf diese beide halberoffene Linien spielen so auf B und C ich habe ein besseres Zentrum und irgendwie so ziemlich homologisch gespielt und jetzt muss ich auf ja genau auf B Linie und auf C Linie Druck machen so an 3 ich verstehe nicht so ganz was er da will muss man schon vorsichtig sein jetzt noch damals 6 jetzt dunkel hier in ok ich kann auch so spielen das mal an 3 2 bau hängt dafür auf bau hängt dafür auf also der für D4 ok gut damals nicht hier das Spiel für mich sollte gut sein ok jetzt ja 2 ist umgedeckt aber dann hat er Abzug von Löffel deswegen ich muss das Bauer nicht nehmen ich spiele es mal so jetzt ich spiele es mal so jetzt spiele es C5 und Löffel 6 vielleicht spiele ich so Löffel C5 dann hat er jetzt ein Problem mit B2 jetzt hat er keinen Abzug jetzt hat er keinen Abzug jetzt der Rote Löffel B2 er sieht das aber Bauer C2 ist ungedeckt ok jetzt wieder da was machen ich bin schon auf Siegerstrasse ich bin schon auf Siegerstrasse hier jetzt habe ich zwei Verbunden im Bauer und da müssen die sich durchsetzen jetzt kriege ich jetzt ich kriege ich blinde Schweine droht Martin zwei Züge tunge 2 Spenge hängt er ist verloren er ist verloren so aufgegeben jetzt habe ich 2340 auch nicht schlecht so jetzt habe ich genau über 24 ok jetzt wird getrat sein so jetzt schauen wir jetzt gürfelt also jetzt spiele ich da mal für Schach eine solide Reliante so Löffel G5 dann dann tun wir C1 und C3 die manche Werte zu decken ok jetzt Löffel noch hin noch hier E2 D3 ich ich mache da mal A3 z ich schaue A7 ok Löffel 2 er will nach C4 er will nach C4 kommen ok aber schade das Martikel abschließen dann Sprenger C4 dann Sprenger C4 der Löffel C4 gut dann spiele ich da mal B4 dann wahrscheinlich B5 dann D5 und A4 A4 sieht gut aus ich muss das das ist Sprenger A5 dann D5 wahrscheinlich muss ich spielen ja das ist spannend geworden spannend ich habe weniger Zeit so jetzt opfer den Bauer dann nehme ich so so nicht warum nicht da mal wettend ich stelle nichts ein also das muss eigentlich gut für mich sein die Dame steht ein bisschen anfällig aber der Sturm sollte in Ordnung sein Bauer ist Bauer ok jetzt wieder was von mir da mal 4 bedroht die 5 um noch ein Bauer zu gewinnen da muss man einfach seine Drohung reparieren und das wird alles ok sein da 6 ok Räufer und Greifen ok so ich verstehe wenn ich was von mir will ich nehme erstmal wenn ich nicht verstehe schlage erstmal ich glaube nicht ja es wird jetzt zunehmend aktiv aber die Drohungen sind nicht so stark von mir dann muss man sagen muss man sagen das war auch gedeckt wenn ich zum reinkommt also ich rufe meine Stand konsolidieren Lfc7 ablenkung da gebe ich nicht noch Qualität und dann D5 und dann schlage ich auf L7 also was ist das für ein Zug verstehe ich nicht ich nehme ich nehme ich will Turm B3 spielen so also ok dann nehme ich mir die Dame Turm B3 Dame A7 also habe ich doch Figur eingestellt aber gut es ist mehr Figur ich kann damit leben ich kann damit leben jetzt D5 vielleicht so spielen dann D5 und C4 das ein bisschen gefällt mir nicht so sehr C3 hängt es so jetzt muss ich dann so spielen jetzt kann er Schläufe G4 spielen hm dann könnte ich jetzt ein bisschen genommen dann C4 Schläufe G4 soll da kommen ja jetzt ist ähm ok machen wir so schlagen dann ne das ist äh schwach von ihm er ist schwach von ihm er müsste doch nehmen und dann da mache er 3 Spiele noch ok so ok jetzt wenig Zeit ich bringe B3 vielleicht er nimmt ok wie wir das die Dame davon darf nicht nehmen so aber so ist gut jetzt muss ich wie so spielt ja gut aber jetzt was ist mit seiner Dame geht nicht also H3 und dann tun wir achten wenn es geht also ok gut er kann jetzt so spielen hm scheiße so hm darf ich muss was machen ich muss was machen ich muss was machen so ist es irgendwie hm hm ah das war keine gute Idee ungefähr 6 habe ich nie geschlagen ich konnte ungefähr 6 schlagen ok ich konnte ungefähr 6 schlagen das hatte ich hier musste ich gewinnen aber gut ich habe hier vergeigt also das war total gewonnen aber gut es war nicht neutisch es war nicht neutisch gut es war nicht neutisch schon wieder das Löffel geht rein das Löffel geht rein das Löffel geht rein so verstehe ich nicht ich habe hier ein gutes Zentrum und ganz bequem was spielen ich bin ich bin zu schnell ich bin zu schnell das Löffel 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 4 4 5 5 hat es schon aufgegeben, gut, da kann ich jetzt, jetzt meinst du jetzt irgendwie vielleicht doch auf 2,4 kommen, 2,350, ja, ist richtig holländisch, ich bin jetzt E3, so, ok, geht rein, das spiel ich hier, so eine komische Variante, WG5, dann WG2, Sprenger H3, und dann D5, ja, ja, muss ich, aber schade, das ist irgendwie, wie eine kirchindische Verteidigung, KV3, ich spiel jetzt Turm 1, oder eine 4 durchsetzen, vielleicht, ich weiß nicht, ob er 6 muss man erst holen, oder nicht, vielleicht jetzt, wo er 2 gegangen ist, ok, ich habe noch Zeit, dafür Turm 1, dann kommt D4, ein passender Umgeblick, ein passender Umgeblick, so, wie viel, hm, ich finde es ein bisschen zu früh, was ist mit der Durchlage, da nehmen, nehmen, ich spiele B6, ich möchte da abtauschen, dann kann ich jetzt mit Dame auf D4 vielleicht gehen, ich spiele B5, also, ich glaube nicht auf sein Spiel, dass es so gut ist, ist ein bisschen unterentwickelt, und dann versucht er so schnell, jetzt ist es ein solider Zug, der will sich zentralisieren, jetzt haben wir D4, das ist meine Idee, und dann vielleicht drohe ich auf E4 oder Spenge G5, ich weiß nicht genau, auf E4 würde ich nehmen, dann geht weg von Fässerung, ja, wenn ich jetzt Schlage oder Spenge G5, also Spenge G5 nehmen, 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 ok, ich schlage auf E4, und dann würde ich dann, ich brauche vielleicht angreifen, so, Spenge G5, jetzt schlage ich wieder, also ich schraube, das ist eher Schwäche, so, jetzt kommt Turm F8, noch wieder eine Abfrage, so, jetzt Spenge G5, also Spenge G5, das steht auf alle Fälle besser, ich greife wieder 4 an, und kann ich jetzt schlagen mit dem nächsten Zug, also mehr Bauer, ok, das ist, da muss ich schlagen, sonst habe ich nichts, also, aber ist nicht so einfach, also, mehr Bauer ist nicht so, nicht so wirklich stark, also, ok, ich glaube, das Spenge besser ist als Löffel, das weiß ich nicht, ist nicht so, ich bin da, ich bin da, ich bin da auch eine gute Figur, vielleicht da haben wir drei Spiel, aber ist egal, ich spiele, jetzt Spenge G2, ich glaube nicht, dass sie sowas spielen, ok, jetzt spiele ich jetzt mal 2, das tun wir 3, ok, ist ein bisschen optimistisch, also das ist eine gewünschung, also hier ist geschwächt, so nun hat er erkannt, darf ich so spielen, ich weiß nicht, ich werde ihm einspielen bitten, also will ich nicht, kann ich gut nachvollziehen, so fg4, oh ich habe, ah nein der bauer f7 scharf, also b3, jetzt will ich jetzt dieses spiel spielen, gut, kann er sparen, der bauer ist doch hier bauer, ich habe aktiver könig, h4, vielleicht doch war nicht sehr gut, aber gut, ich habe immer Zeit, hm, gut, vielleicht ein 3b4, so, 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 okay, so, 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 das war kein guter spieler, aber ich bin auch nie so gut, nie so schnell, also muss man vielleicht mehr Zeit nehmen, so, das war doch geworne, eine störung, aufpassen, so, okay, ich spreche mit 6, das ist eine gute Variante, dann hat c7, und dann greife ich jetzt im Zentrum, mit d6, und dann spreche d7, zwinge ihn, ok, das, er spielt gut für mich, wegen der Schwäche auf c3, hat schlechte Baustruktur, er spielt immer besser für die Seite, die einfach besser Baustruktur hat, ok, ich will mir also 6 jetzt wählen, das ist logisch, ist nicht so dumm, ok, will nicht tauschen, ok, spende den 7, jetzt schlage ich ihm, so, ok, Löffel 7, muss man sich entwickeln, schade, also er hat schlechte Baustruktur, also er hat viel Spiele, Bauschwäche, so, gut, jetzt will ich e4 spielen, gut, tun braucht, dann spiele ich Spenge c5, und, so, ist kein guter Zug, finde ich, damit e7, ein bisschen, dass er viel hängt, und darum fc8, also er will sich, leider noch, wegen der Schwäche dieser Baustruktur, ok, ich will jetzt noch z6 gehen, mit Spenge, deswegen, also, z6, decken, versuche jetzt roter Abzug, so, mit Spenge, nach f4, ja, nach f4, ist der beste Abzug, so, denke ich, und dann haben wir 6, schlage auf c3, und gewinne Qualität, so, Spenge c3, muss doch gut sein, so, dieses Bauen, Schwäche, sind doch, jetzt einfach auch tauschen, alles, aber 6, das war ja, sonst haben wir immer, das war nicht nötig, aber ich bin nicht darauf interessiert, ok, tun der auch, dann will ich noch mehr tauschen, ich will noch mehr tauschen, so, auf dessen, das ist der Rechner, da haben wir die 5 Löffel, die 4, Ausstrahlung ist total geworden, besonders, ok, gleich so, erstmal so, 5 zu 8, so, 2 steht hier besser, als noch 8, aktiver, so, jetzt, da mal 4, steht, alles gefesselt bei ihm, so, also, das wird tauschen, kann man schon, aber, ich will jetzt noch mehr, so, einfach dumm da, und dann, er kann das nicht halten, unmöglich, jetzt ist erledigt, jetzt ist erledigt, jetzt ist erledigt, Verdauung gegeben, gut, gehen wir weiter, so, 2, 3, schon ganz gut, die Spieler, ganz gut, ganz gut, die Schütze, wieder, hier, so eine Schlau Variante, von dem, erschlägt, jetzt, Topplan, auf den Läufer, und dann, auf den, ok, dann schlage ich, jetzt die 2, warte, ja, ich habe Figuren mehr, so, ich glaube, ich komme irgendwie zurecht, damit, ich habe dieses Gefühl, für den Bau ist noch zu wenig, ich habe versucht noch, was da, drüben zu fischen, aber, es, ich habe mehr, weiße Läufer, und ich werde ihn auch, nach B7 bringen, und dann kann ich bedrohen, und dann, vielleicht noch, 5 Uhr Abtausche zwingen, aber gut, muss man sich entwickeln, also, ich will jetzt, nicht, abtauschen, speckle die 4, klar, 6, wenn man einmal drauf hat, sollte man Abtausche ansteben, ja, ok, ich verhinde meine, Rochade, ok, vielleicht speckle 6, hier irgendwo anstreuen, das ist, äh, keine schlechte Idee von ihm, hm, muss man auch passen, ich habe ja noch keine Titel, der 6 spielen kann, er schlagen, ok, ich glaube nicht, er schlagen, kann er das machen, so, jetzt droht er richtig, also damit, da muss ich schon das, Baufeld der 6 decken, B3, B5, B5, und dann hat er eine gute Angestellung gebaut, das ist ein guter Spieler, muss man sagen, das ist ein guter Spieler, gute Taktiker, mit dem muss man auch passen, ne, ich brauche eine Idee, Löffel 7, gut, bestätigt nämlich einfach, Löffel G7 vielleicht wäre, ok, das glaube ich nicht, gut, jetzt spiele ich H5, jetzt spiele ich H5, man kann vielleicht trotzdem H5 spielen, so gut macht er das, aber gut, ich glaube an meine Stellung, kann ich lange gerade machen, jetzt wird es scharf, aber, seine König ist schlechter als meine, jetzt schlage ich da, ups, ist ok, ich musste das spielen, damit er in die H5 geht, und dann kann ich noch Spengel für uns, inzwischen machen, wenn er in die H5 schlägt, so, aber das ist, für ihn kein gutes Geschäft, was findet er, verstehe ich das nicht, ich habe einfach Dame für Turm, und er hat einen schlechten König, das ist, zu optimistisch hier, ok, Löffel 4, Dame für B6, Spengefessel, Kfz 3 könnte man nehmen, also das, ok, gut, ich werde nicht so gleich sein, ich gebe Material zurück, aber ich habe, hier, genug, mehr Material, also, Dame für Fünf, ich habe ja schlechte Zeit, da muss man auch passen, so, da gibt es, so, hier, Spengel 3, so, Schach, jetzt, 3, 4, 3, und, was macht es, ok, damit sei es, ok, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, Schach, noch hier, hier, oje, oje, ich versiere nicht so gut, jetzt legen wir zu langsam, Schach, noch mal, gesetzt, ich habe ja, ja ich spiele jetzt langsam so in ein Stadion, so das haben wir noch, 2.50, ok, ich spiele noch eine Partie, noch eine Partie und dann will ich nicht spielen, geht um mich, ok, noch ein Versuch, und das ist 4, ok, wieder, altindisch, also Befinden darf man nicht verlassen, es spielt komisch, es spielt komisch, es gibt mir Zeit, jetzt kann ich rechts schlagen, aber auch nicht, Staub drauf machen, ich stehe hier, eine bessere Entwicklung, ne, das ist schon ein bisschen, sieht ungesund aus, muss man dann angreifen, jetzt 6, jetzt fahre 4, schlagen, jetzt dann 3,4,5 oder schade erstmal, der kann auch der 5 spielen, das ist nicht so ganz klar, das muss gut sein, der 5, ja, der 5 glaube ich nicht, kann man sogar opfern, so mit Spengen, der 5, ne, das, L lässt das zu, und wie soll ich nehmen, mit Bauer, vielleicht mit Bauer, so ist das auch gut, ok, vielleicht sollte man die eine F aufmachen, also, das würde mich schon interessieren, aber es wäre wirklich besser gewesen, Spengen D5, nicht so gut, Spengen C7, ah ja, das habe ich irgendwie unterschätzt, ich gebe keine Tempo, ok, dann nehme ich jetzt den Tom, das muss gut für mich sein, so Spengen D4, er versucht hier drüben zu fischen, ok, Spengen C3 vielleicht, erstmal Spengen C7, es kann nicht falsch sein, ich muss hier ein bisschen entlasten, Figur abzutauschen, so, jetzt kommt, äh, es kommt nach Löffel D4, ok, ich gebe den Schach erstmal, und da mäßig die Überlastung, dann kommt Spengen C3, und dann, wenn sie, durch ihn jetzt mit, äh, kein Schach, hat kein Schach, jetzt Spengen hängt von ihm, ok, ich muss Spengen D3 Schach spielen, um Spengen nicht zu verlieren, es ist, passt mir, ganz gut, jetzt Figur abtauschen, mit dem Atom, oh, macht er das, ich muss jetzt diese Schlaufe nehmen, es hat halt verloren, man sollte wenig Figur tauschen, so, jetzt habe ich Probleme mit meiner Kamera, aber gut, so, Spengen C7, es spielt auch Zeit jetzt, mein lieber Freund, ok, ich nehme hier, Betreu, ok, fachschnittspielen, kann nicht viel passieren, so, hier ist, hier ist die Qualität, ob man das ist, äh, ja, das ist der beste Weg, und dann blaue F nach vorne schieben, aber erstmal, ja, das geht schon, so, Tome 8, Tome 7, und dann, baue es durch, baue es durch, und wie gesagt, dort, hier ist hier geworden, ich will noch Läufe vielleicht nehmen, so will ich es jetzt nicht geben, oder doch, nehme das, jetzt werde ich mal setzen hier, sicher, ja, hat aufgegeben, ok, das war's für heute, das habe ich noch 27 Punkte gewonnen, das ist insgesamt habe ich so, 2, 3, 91, also fast 2, 4, spielen, meine Kamera ist wie aufgegeben, ich werde jetzt heute Schluss machen, so, ok, wenn euch dieser, äh, Stream gefallen hat, so, ihr könnt einfach, einen Daumen geben, und Kanal abonnieren, um weiter wenig zu verpassen, also, ich möchte mich von euch heute verabschieden, und dann machen die Ramadan536- user, Schoko. Untertitelung des ZDF, 2020